Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Just Brother Bike. Noch bin ich mit der Klauschmaus unterwegs, treffe mich gleich mit Benjamin, dann fahren wir nach Potsdam zu Bikebash, treffen wir uns mit den ganz anderen Bands und fahren dann eine Runde Fahrrad. Heute gravelen in zwei Akten, das heißt wir fahren zwei Runden, einmal 60 Kilometer, einmal 50 Kilometer, die zweite Runde eher schnell und wird auf jeden Fall eine große Community-Group-Ride-Rravel-Party. So, heute in Gelb, Benjamin. Wir fahren jetzt nach Potsdam und dann wird eine kleine Runde gefahren. So, 10 Kilometer bis Potsdam, 9 Uhr, sind gut in der Zeit. Vielleicht können wir noch Kaffee trinken. Wir haben ca. minus 1 Grad. Das ist Berliner diesmal kein Schnee, dafür der Rest des Landes und Wetter ist ganz gut. So, es ist ein bisschen frisch. Wir haben mega viel Spaß. Große Gruppe, eigentlich ziemlich geil. Und es ist schon cool, dass es sowas hier gibt. Und Berth Pan hat heute ein Ding. Ja, das ging doch. Ja, das ging doch. Ja, das ging doch. Liga! Lustige Laufpassage. Lustige Laufpassage. Das war's für heute. In Berlin, Potsdam. Schranke! Bock auf so eine Veranstaltung hat? Guckt mal bei Strava in den Club Bikebash. Ich verlinke das alles. Da gibt es, wie zum Beispiel nächstes Wochen gibt es ein Rennen. Immer so einen coolen Ausraten und 26. August könnte auch nichts passieren. Herr Veranstalter, was sagen Sie? Läuft bisher ganz gut, würde ich sagen. Wir haben gerade kurz die Lücke zufahren lassen. Jetzt stehen wir schlecht auf der Straße. Aber jetzt geht es weiter. Und wie sagt man so schön in solchen Videos? Ja, so schnell weiter, glaube ich. Wir haben jetzt ca. 36 Kilometer von der Strecke. Grob, ab 56. Wir sind hier Krampnitz, Neufahrland, die Ecke. Und alles ist eigentlich ziemlich geil zu fahren. So, Tempo ist ganz vernünftig. Wir haben eine schöne ordentliche Gruppendynamik. Mal schneller, mal langsamer. Wir warten immer aufeinander. Eigentlich ist alles ziemlich geil. Wie man sieht, bestes Wetter, beste Laune. Hier wurde gerade auf das Ding mit dem Harz angesprochen. Da sind wir vom Wernigerode auf den Brocken, Richtung Hannover und dann zurück nach Berlin. Warum macht man sowas, wenn es geil ist und eins zerstört? So, die erste Runde ist fast so. Ich glaube 10 Kilometer. Und dann geht es die zweite Runde. Es ist schnell. Okay. 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 Wenn man gleich kommt der Trappepart, wie man sieht, beste Stimmung überhaupt. Also es ist einfach schön und ziemlich cool hier. Benjamin! So, die erste Runde ist jetzt durch. Jetzt gibt es Kuchen und dann geht es vermutlich weiter. Hier ist jetzt die schnelle Runde und tada, wer verliert den Anschluss? Läuft! Es ist mega geil, wenn man direkt am Anfang den Anschluss verliert. Ich glaube, das ist ein Zeichen. Wir fahren jetzt quasi zu zweit nach Hause, werden trotzdem irgendwas mit 100 Kilometern, dann könnt ihr den Spaß beim Revell fahren und ja, einfach. Und so, wir fahren jetzt mal schön entspannt im Wasser hier lang Richtung Berlin. Wir haben nochmal eine schöne Zeit. Wir genießen die Aussicht und ich glaube, das war's. Ciao! Wie fandest du die Tour heute? Ja, mega! Wie bemerde! Musik 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 Musik